...schmerzt ein kleines Märchen, und zwar ein Märchen von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Aber heutzutage singt man Hänsel und Gretel ein bisschen anders. Heutzutage klingt Hänsel und Gretel nämlich so. Hänsel und Gretel ist nun mal so, geht in Hexenwald long time ago. Where do they come from, where do they go? Für mich ist der Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, geht in Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh, die Hexen sieht aus wie Cotton Eye Joe. Hexen leben im Wald. Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen zaubern heimlich. Hexen sehen irgendwie anders aus. Oh, Hexen sind so protestlich. Hexen sind auf dieser Welt einfach ziemlich lästig. Hexen kneten, lieb Kuchenteig. Außenhaft und ihr sind ganz weich. Sind auf Hänsel und Gretel geeicht. Wann ist die Hexen ne Hex? Wann ist die Hexen ne Hex? Wann ist die Hexen ne Hexen ne Hex? Wann ist die Hexen? I'm the Hexman. I'm the Hexman. I'm the Hexman. Ah, ein Stadtmensch. Das Hänsel. Sie glauben wohl auch, dass Sie hier oben im Hexenwald in Sicherheit sind. Aber Vorsicht! Ich bin schwul, man! Schwul, man! Schwul, man! Schwul, man! Ich bin schwul, man! E-o, 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 Knusperhaus im Wald, ohne Mietkaution, Na, wo gibt's das schon? 1400 kalt, Hexe inseriert, Hänsel interessiert, er unterschreit gleich den Vertrag, sie ziehen ein am selben Tag, doch in der gleichen Nacht trifft sie fast der Schlag. Das ist ja alles hier verbaut, das ist ja alles viel, viel kleiner, außerdem total versaut, wie das hier aussieht, glaubt uns keiner, das ist alles voller Krümel, voller Streusel, voller Schimmel, dieses Haus, Entschuldigung, das sehen wir wieder aus, Entschuldigung, das sehen wir wieder. Ich habe eine Pfefferkate, ich sah es letzte Nacht in meinem Traum, aber Hänsel hat es alles, ich bin nur ein Grimm, ich bin so klein. Untertitelung des ZDF, 2020